Hallo, hier ist euer Olaf Henning und ihr schaut Hessen Party TV, das heißeste TV auf der Welt. Ich mach dieses Jahr kein Mallorca. Nein. Gar nicht? Nein. Ich hab's jetzt 14 Jahre gemacht und ich mach jetzt einfach mal eine Mallorca-Pause. Ich hab einfach keinen gewusst. Spann den? Ja, ich mach so viel Deutschland. Mich würde interessieren, wie bereitest du dich auf die Auftritte vor? Ja, hier jetzt. Immer so? Ja, ich bin ja im Relaxen, also ich brauch keinen. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie die Ruhe antun. Ich lauf ein bisschen durch die Gegend Backstage, warte bis ich dran bin und trinke mal so einen Kaffee und fertig. Also keine festen Rituale oder gar nichts? Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Das ist normal. Ein Job wie jeder andere auch. Du machst ja auch nicht vorher ein Ritual, wenn du arbeiten gehst, oder? Normalerweise nicht. Das ist so schnell. Was macht ihr denn beruflich? Mach auf, auf! 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 Oh! Elektriker! Elektriker! Okay. Und los? Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Was machst du beruflich? Ingenieur! Ingenieur! Ja, sensationell! Also, ich bin Sänger! Ja, geil! Und Haare liegen gut, ja? Ja, wirklich gut! Das ist auch viel Arbeit! Das ist auch viel Arbeit! Das ist auch viel Arbeit! Das ist sensationell! Ähm... Autogramme vielleicht wollt ihr noch? Und dann noch ein paar Fotos? Ja! Ja, dann... Ja? Mal nach dem Ritual sich hoch! Mach mal das! Acha! Baksch! Bime zueher! Tja! Tja, Tja! Tja, Tja! Gerni mit Rübsen, oder?